Schlafbetrunken aufgepickt habe ich die Hose. Die haben Skrotum furchtbar zwickt, da sie eng nicht lose. Eingeschränkter Radius, durchzuknappen Schnitt, ausgebremster Spermafluss, da es klemmt im Schritt. Pludershorts sind mein Geschmack, hier bleibt mir erspart. Druckabfall im Hodensack, der mir nicht beharrt. Drum schlüpfe ich auch liebend gern in bequeme Slips und verbanne in die Fähren Anzug, Hemd und Schlips.